Hier gibt's ne neun. Ohne Spaß, ich habe alle Köpfe für den blöden Nomaden. Alle. Lass bei dir. Nicht gut genug. Daumen rauf. Ja, Daumen rauf ist auch cool. Mega sick. Ich habe immer noch kein neues Knife. Das darf alles nicht wahr sein. Ich glaube, in Deutschland gibt's die nicht, oder was? Sollte doch wohl sein, oder? Guter Kampf kann ich mal reinnehmen. So. Das darf alles nicht wahr sein. Gefallen? Was ist gefallen? Haha, das ist cool. Friede. Friede ist kacke. Ist auch nicht so gut. Jawohl, Gehabe für den Spectre. Jetzt für eine Drohung, Exekution und Revolverheld. Revolverheld ist ganz cool. Ja, das war schon wieder alles, was ich so neu so dazugekriegt habe, durch die 5000 CAD-Punkte, durch die 36 Euro. Geil. Dom. Ja, ich habe den Kacke geschlagen. Du gehst das Geld echt zum Fenster raus. Ich höre jetzt auch auf. Mal gucken, wie lange ich das durchhalte. Nicht lange. Du willst ihn besser haben. Ich wette, wenn ich sehe, wie das einfach mit dem Konto abgebucht wird, dann gibt es mega, mega den, mega den, oh scheiße. Aber jetzt momentan, ich sehe einfach die Abbuchung noch nicht. Und deswegen ist es momentan so noch so, mhm, ja, okay, ja, was soll's. So. Morgen früh, siehst du und christen Connor. Nee, das ist ja Lastschrift, das dauert richtig lange. Okay, wir haben immer noch die vom letzten Mal, habe ich noch nicht gesehen. Das ist ja das Problem, irgendwie. So. Nee, wollen wir mal zu, 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 zu Dinges wechseln. Zu GTA. Es darf alles nicht wahr sein, dass ich diese Messe immer noch nicht habe. Hat man ja nicht im eigenen Spiel, hat man die da eigentlich? Wahrsinnig? Nee, hat man nicht. Ich glaube schon. Nein, hat man nicht. Wenn du aufleihend bist. Das darf alles nicht wahr sein, ey. Ja, das darf alles nicht wahr sein. Hm. Nur René und ich schon, die zu dumm. Hm, ich weiß. Das sind deine zwei Zuschauer. Ich weiß, ich weiß. Ja, ich schneide mir natürlich das Case Opening, schneide ich mir hier raus. Ein paar geile 10 vielleicht auch noch, wenn ich Bock habe. Ich mache das dann als 250 Abonnenten-Special. Mal schauen. Ja, gerade immer noch 249. Jetzt bin ich nur noch 248 Abonnenten. Ich gehe mich auf. Der fängt an zu streamen. Nein, die haben wir auch. Genau. Ich habe keine Folgen mehr von Black Ops. Kann ich, brauche ich momentan nicht raus, deswegen sehr wahrscheinlich. Die letzte kam am, was? Am 8.1. kam die letzte, ich wollte schon sagen. Ja, vor zwei Tagen. Ja. Ja. So. Öffne ich das Spiel. Diese blöden Mongos haben immer noch kein Messer geliefert. So, mein Konto wurde wegen Tempo eher wegen zu viel geschlagener Anmeldeversuche gescheert. Dein Schussel Club? Ja. Ende mal dein Passwort. Und dann? Dann kommst du da rein. Das hatte ich auch schon häufiger. Du musst auch nicht so, dass wir das mitgericht. So, weg damit. Ja, warte. Kann ich es jetzt hier öffnen? Mal gucken. Du hast mir einen Link gesendet, ne? Ich habe es jetzt gesendet. Aha. Du musst einfach dein Passwort zurücksetzen. Es klappt nicht. Das habe ich gerade gemacht. Okay. Kannst du den Passwort nicht zurücksetzen lassen? Das machen die doch immer. Ja, ich habe es gemacht und jetzt steht da, wenn ich mich einlogge, dein Konto wurde wegen Tempo erst viel geschlagener Anmeldeversuche gesperrt. Probier dich mal online anzumelden auf der Website. Bin dabei. Ich darf mir das jetzt mal runter. So, wo bei dir ist Black Screen. Guck mal, ich kann ihn hier blinken lassen. Ich weiß nicht, wer mir gerade Black Screen ist. Weil ich GTA noch nicht drin habe. Black Screen Stream. Verdammt, yes. So, dann ändere ich mich kurz hier bearbeiten. GTA. Kostüm. Kostüm. Weil ich will Kostüm reinfahren. Mein Beileid. Ich dachte, wir machen hier, dass man die Wehrwurfer tut, auch das vorhin macht. Na gestern. Ja, okay. Ja, wir sind aber keine vier Leute. Wir sollen das packen. Ich bin jetzt eklig. Mann. Was ist da? Ich bin seit AFK. Das ist schlecht. Ja. Alibi AFK. Sag ich bin AFK. Ich gehe AFK. Ich sag nicht, dass ich offgehe. Offiziell, du gehst für uns AFK. Für alle anderen, gehst du AFK auf. Und wenn Ruhe wieder bei euch im Haus ist, gehst du wieder unten. GTA Online Rampage. Spielt GTA. Spielt GTA. Hallo? Hey, ich kann streamen, also mein iPad schon. Ja, kannst du. Ich habe gerade nur Dinge ans Fleck aufs gezeigt, so ein Titelbild. Ja, ja, klar. Jo, bis dann. Dann. Ich muss nochmal kurz hier eine neue Szene einfügen, hinzufügen. Game Aufnahme. GTA 5. Okay. Da muss ich GTA 5 auswählen, da. Jawohl. Okay. 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 Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay, interessant. Ja, in GTA 5 Channel. Ah, interessant. So wie sich das gehört. Wie viel zahlt ihr, Heinz, dafür? Um 10er im Monat. Man sieht nicht, dass ich GTA spiele. Das finde ich auch ein bisschen blöd, jetzt gerade. Ja, das sieht man nicht. Halt Enter. Upsala. Ich habe gesagt, dass du auch noch, dass du Black Ops 3 spielst. Na, jetzt habe ich schon, wenn ich aktualisieren drücke, dann spiele ich kein Black Ops 3 mehr. Ja, ja. Nee, er sagt aber immer noch, dass ich... Ich hasse das. Ich muss GTA so einstellen, dass ich, dass ich... Entfernen. Ja. Da muss ich mal kurz, ähm... Hinzufügen. Gameaufnahme. Jawohl. GTA 5. Dankeschön. So. Ja. Hätte die Werbung. Danke. Hä? Aktualisieren und eine Werbung kriegen. Ja, läuft doch. Auf jeden Fall. Ähm. Nicht Chrome, sondern GTA 5. Ist alles richtig. Okay. Komm schon, jetzt hekt er es mir nicht an. Da kommt immer noch weg. Nee. Bei mir auch nicht. Ich sehe es ja auch im... Overlay. Wahrscheinlich muss ich den Stream kurz stoppen. Entfernen. Ähm, ja. Ähm, ich stoppe den Stream hier an dieser Stelle. Bin sofort wieder da für euch. Ich weiß, dass da keiner zuguckt. Aber egal, ich sag's.